Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem Video. Langsam komme ich mir vor wie in einer Dauerschleife AstraZeneca, Comedy-Stadel oder irgendwie sowas. Mal wieder eine Meldung zu AstraZeneca. Die Playlist wird auch immer länger meine Lieben. Ja, hier haben wir die Meldung. Großbritannien meldet 30 Blutgerinnsel. Rund 18 Millionen AstraZeneca-Impfungen gab es in Großbritannien. Nun melden die Behörden 30 Fälle von Blutgerinnseln. Das Risiko sei sehr klein. Die Betonung liegt hier auf sei. Und nicht ist. Sondern das Risiko sei sehr klein. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein meine Lieben. In Deutschland wird Jüngeren ein anderes Vakzin für die Zweitdosis empfohlen. Ja, wir haben, hier steht auch nochmal, also in Deutschland am 24. März 22 Meldungen über Blutgerinnsel. Ich habe jetzt zwar zu mal ein paar Fragen. Punkt 1. Wie viele der 18 Millionen Impfdosen waren Erstimpfungen? Wie viele waren Zweitdosen? Geht nirgendwo draus hervor. Weil das würde ein bisschen das Risiko einschätzen, wenn man dann auch wüsste, nach Erstimpfung die Blutgerinnsel oder nach Zweitimpfung. Wäre eine wichtige Information, um eine Risikobeurteilung, zumindest aus externer Sicht, vornehmen zu können. Dann habe ich ein nächstes Problem mit dieser Aussage. Jüngere sollen jetzt mit einem anderen Vakzin die Zweitdosis bekommen. Wie will man innerhalb von so kurzer Zeit jetzt herausfinden, ob sich diese beiden Impfungen ergänzen, beziehungsweise ob sie nicht zu Wechselwirkungen führen? Auch das ist binnen ein paar Tagen, Wochen und auch Monaten nicht herauszufinden. Dann haben wir eine weitere Sache. Impfreaktionen müssen den Hausärzten gemeldet werden. Wie viele dieser Meldungen erfolgen gar nicht oder gehen unter? Das ist auch eine Frage, die uns keiner beantworten kann. Die Pflegekräfte unter euch kennen das. Ihr ruft morgens beim Arzt an. Ihr seid beim Patienten, beim Bewohner. Stellt fest, ein Medikament XY fehlt. Ruft beim Arzt an. Medikament XY für Patient ZA. Und ja, das geht unter. Zwei Stunden später Apotheke ruft an. Ja, ist das bestellt worden? Wir haben ja noch kein Rezept vorliegen, weil wir ja auch dann schon mit der Apotheke sagen, hier bestellt das mal. Oder könnt ihr das schon vorab liefern? Und dann geht das unter. Dann ruft ihr so fünf Stunden später nochmal in der Arztpraxis an. Nee, haben wir hier nicht. Hier haben wir nichts stehen, dass Rezept gebraucht wird. Genau in der Art und Weise würde mich nicht wundern, wenn so Meldungen zu Impfnebenwirkungen in den Arztpraxen untergehen. Nächster Punkt, der dazu führen kann. Wir Pflegekräfte sind gerne mal überarbeitet. Wir kriegen nicht mit, wenn unsere Patienten sagen uns das und es geht unter. Wir melden es nicht an den Arzt. Kann auch passieren. Ein weiterer Punkt. Wie viele Notfälle, die in den Krankenhäusern eingeliefert werden, können die rein hypothetisch, ich bin Notarzt oder Rettungssanitäter, ich komme zu einem Patienten, Blutgerinnsel, Verdacht auf Schlaganfall oder wie auch immer, packt den ein, bringt den ins Krankenhaus, er wird untersucht. Woher soll das Krankenhaus wissen, dass dieser Patient, der gerade da liegt, innerhalb der letzten 14 Tage mit AstraZeneca geimpft worden ist? Könnte sein, dass das unter Umständen gar nicht als Information an die behandelnden Ärzte herangetragen wird. Auch diese Variante gibt es noch. Dass also unter Umständen Notfälle oder auch Todesfälle gar nicht in Zusammenhang gebracht werden, weil die behandelnden Ärzte, beziehungsweise der Pathologe, der den Totenschein ausstellt, beziehungsweise der Gerichtsmediziner, der Arzt, wer auch immer, dass die das gar nicht wissen, dass die Person geimpft worden ist. Und so können auch Meldungen untergehen. Wie gesagt, wir haben eine Dunkelziffer. Diese ist gerade in der jetzigen Zeit sehr schlecht einzuschätzen. Man sagt aber, dass in der Regel 90% der Impfnebenwirkungen oder Medikamentennebenwirkungen nicht gemeldet werden. Und dann können wir uns das nämlich theoretisch auch schon mal hochrechnen. Rein hypothetisch an dieser Stelle. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Heute um, ja, ich denke mal 20 Uhr, 20.30 Uhr werden wir wieder live kommen mit einem Pflege-Live. Ich hoffe natürlich, dass wieder viele von euch dabei sind. Und in dem Sinne, bis nachher, euer Maik.